8. November 2022 Erfolgreich Fußball spielen ist wie Sex mit Grillhähnchen. Immer über die Flügel kommen. 4. November 2022 Schmeißen Sie einfach ein Kilo Schrauben in die Auflaufform. Käse drüber und fertig ist der Shepherds Pie. 4. November 2022 Ich schreibe jetzt an einem Song über diabetesbedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Er wird heißen Dime ist mein ganzes Herz. 12. Oktober 2022 Die beliebtesten Wintersportgeräte der Renaissance waren Medici. 2. Oktober 2022 Die NASA schickt jetzt Trinkpäckchen ins All. Die sogenannte Capri-Sonde. 21. September 2022 Kühe immer mit Weitwinkel fotografieren. 21. September 2022 Wieso hat er so ein cooles Auto und ich nicht? Ich will auch so ein Auto. Zitat von Michael Knight in Knight Rider 19. September 2022 Ist Xing Ken Der Mann von Xing Barbie 16. September 2022 Humor ist, wenn wir alle leiden 16. September 2022 Jetzt singen wir alle die Hymne der Häkelnden I like to move it, move it 2. September 2022 Botaniker Verhaut man am besten mit Heep-Biskus 15. August 2022 Ob Kois gerne Kiem-Mono tragen? 10. August 2022 Warum heißt es eigentlich Zusammen rohes Hackfleisch essen Und nicht Madworking 19. Juli 2022 Das Lieblingslied der Nadelbäume ist übrigens My Hearts Will Go On 19. Juli 2022 Warum heißt es eigentlich Rothaariger Sanitäter Und nicht Jodschopf 19. Juli 2022 Warum heißt es eigentlich Erbschaft und nicht Glied des Vorfahren 16. Juli 2022 Sport macht nicht glücklich Glücklich macht, wenn es endlich vorbei ist 15. Juli 2022 Früher hieß es Zeppelöse Heute sagt man Zeppelin 15. Juli 2022 Warum heißt es eigentlich Platten am Fahrrad und nicht Mental Illness 8. Juli 2022 Warum heißt es eigentlich Durchfall auf dem Sofa Und nicht Flotter Ottomane 18. Juni 2022 Wenn adelige Vulkane ausbrechen Hinterlassen sie dann Aristokrater? 8. April 2022 Das Lieblingsdessert von Linux-Usern ist übrigens Tiramisudo 2. April 2022 Das Leid der Welt ist mir jetzt Schnuppe Ich mach mir Leberknödelsuppe Meine Auszeit von dem Ganzen Warme Suppe in meinem Ranzen Ignoranz und Mittagessen sind füreinander geschaffen Und in Maßen viel gesünder als Massenvernichtungswaffen 1. April 2022 Jura-Studenten, die jedes Semester an einer anderen Uni sind, werden später übrigens Wechselrichter 30. März 2022 Der beste Song, um dabei nicht zu putzen, ist Careless Whisper 28. März 2022 Wenn Jägerschnitzel aus Fleisch isst, ist Sammlerschnitzel dann vegetarisch? 28. März 2022 Wenn Sie als Ornithologin einen Job suchen, sollten Sie es bei einem Think Tank versuchen 26. März 2022 Alle KernphysikerInnen bitte heute Nacht daran denken, das Uran umzustellen 25. März 2022 Ob Cowboys einander Pferd trauen? 23. März 2022 Warum heißt es eigentlich Nudistenparade und nicht Eichelprozessionsspinner? 22. März 2022 Heißt Etikettendrucker auf Italienisch eigentlich Lebello? 14. März 2022 Vielleicht habe ich eben, da schreibe ich eine Doku zu, als Drohung verwendet 9. März 2022 Und jetzt in unserer Hitparade Vater abpumpan mit seinem Hit das Lied der Strümpfe Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Stille Strümpfe dürfen nicht vom Land hinter der Waschmaschinentrommel erzählen 9. März 2022 Fahren je die Ritter eigentlich Autos von Toyota? 3. März 2022 Oder an die Osterglocke Was ich an dir liebe, sind deine Triebe Doch eines finde ich ziemlich dumm Deine Alkaloide bringen einen um Nun weiß es jeder und jede im Land Narzissenverkehr ist ziemlich riskant 14. Februar 2022 Pünktlich zum Valentinstag hier ein Liebeslied-Tipp für Geologen Talk to me like lavas do 14. Februar 2022 Produkthinweis Rama Zotti enthält gar keine Rama 9. Februar 2022 Mein Lieblingskunstwerk ist übrigens Die unmögliche virtuelle Maschine von MC Azure 9. Februar 2022 Irgendetwas stimmt nicht mit dem Eisenbahnmuseum Es nimmt immer seltsamere Züge an 9. Februar 2022 Warum heißt es eigentlich Gleitgel und nicht Wettbetrug? 5. Februar 2022 Bondage-Vampire besiegt man übrigens mit Knotlauch 5. September 2022 Jetzt neu im Steinzeitmenschen Kasperle-Theater Der Seppelzahntiger 10. Januar 2022 Erst die Säure, dann die Base Niemand braucht hier eine Nase 10. Januar 2022 10. Januar 2022 10. Januar 2022 Lucifer fiel vom Himmel Und hat sich dabei schwer verletzt Aus seinem Blut wuchsten Thermodynamik und das Massenwirkungsgesetz. 3. Januar 2022 Der neueste Hit der Laktoseintoleranz-Boys heißt übrigens Ruck, let it be. 3. Januar 2022 Mais marschiert nicht ein, Mais marschiert durch. 31. Dezember 2021 Was ist klein und rot und macht Flecken auf dem Teppich? Der Hämogoblin 26. Dezember 2021 Wenn eine Mumie mumifiziert wurde, müsste dann jemand, der mariniert wird, nicht Marie heißen? 21. Dezember 2021 Bald gibt es eine neue TV-Serie mit Trump und Bezos und sie wird heißen Top Gear 8. Dezember 2021 These Schnee ist das Einzige, wo sich Mädchen und Matrose einig sind, dass 10 cm viel ist. 2. Dezember 2021 Filmidee Ein Vampir-Hippie-Roadtrip nach San Francesco 25. November 2021 Medizinische Berufe bekommen jetzt ein ganz neues Image dank der aufregenden Seriensensation aus Schweden Fifty Shades of Grey's Anatomy 23. November 2021 23. November 2021 Warum heißt es eigentlich Pilzinfektion im Intimbereich und nicht Muerektion? 20. November 2021 Haben die alten Ägypter im Stadion eigentlich Pyramiden gezündet? An dieser Stelle würde es weitergehen mit dem 28. Oktober oder dem 29. Oktober 2021 Aber dem 29. Once Euro 911 The Rosne 오�pell M19 21 Onze Aufregend Either oder dem 29.‌ www.別 somebody Have boats También Would Love To Voy country ˙ 一 mez кими Probably The devil Russell with Hay Do Ö Ven The Civil Internet Sug Onze opened 信 Das war's.